FESTHALTEN, LEUTE! Geh schon mal vor! So, machen wir den Auftrag hier schnell! Zur nächsten Antenne, schnell! Wie weit ist die? 1,2 Kilometer. 1,2 Kilometer. 2,3 Kilometer. 2,3 Kilometer. 2,3 Kilometer. Oh Scheiße, genau. Bereit? Feuer frei! Wir müssen jetzt mithelfen. Wir sehen uns. Na klar. Wir haben schon die halbe Zeit verbraucht. Ja, wir müssen sie aber zuerst weg, bevor ich etwas machen kann. Komm, los geht's. Ach, Scheiße, schnell älzen Jungs. Haltet durch, ich bin auf dem Weg. Jawohl, diesmal sind sie schon schneller. Ah, verdammt, das war knapp. Ich schaffe mal. So, fertig. Das Loch im Punkt der Zinnert, das Hotel wohl eine Weile daran, den Rebellen zuzusetzen. Oh, da gibt's auch was, sehe ich mal. Oh, da gibt's auch was, sehe ich mal. Was? Diese Seite ist sauber. So, da war's. So, wo ist der blöde Vogel? Wohle ihn gleich rum, da man da teffert wird. Und wo? So, Kapkan. Immer drin, da. Immer neu und ungebraucht. So, ähm. Warte mal, Moment mal. Ne, da bin ich. Ich dachte mir, da war klar. Das ist ja nur ein paar Meter. Bereit, wer auf. Ja, Scheiße, 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 Scheiße. In der Nähe treten sich gegen Knochen. Zwei Sigarios! Da! Bei dem Heli! ja dann würde ich sagen ich mache ja nix ich will ja nur es ist in der kirche geil versteckt man nicht mehr da sind wahrscheinlich draußen hier meine mission zerstören sie die konkrete abgestürzten flugzeugen mit peruanischen kokain das für das kartell bestand gehen sie zu den absturzstellen und zerstören sie die ware bevor santa blanca sie holt das kartell ist an der absturzstelle also dass meine heli das funktionierten ihre rechte taktik kann immer sparen aber egal jetzt gehen wir zusammen hier also scheiße meine blöde idee normal geht es aber keine ahnung vielleicht nur ein bisschen höher so eine kacke extrem ziel dem ist die magen schon extrem gut du willst nichts aus aber egal kann ich wenigstens leise rein das ist mir eh lieber jetzt kann ich 400 meter latschen wie geil das wünscht man sich aber das geht ja aufpassen gegner bereich die drohne ist oben hier ist ein tango hat die rebellen gebieten die gegend auf ich gehe in position auch eine bessere position shit ich muss die position wechseln ziel markiert roger ziel markiert bereit auf dein befehl er ist tot so woher hier das und zwar weil ich hier rumspringe sie die machen alles sondern immer wieder im sack granate kommt komme mir da cool er aus granate fliegt granate fliegt neben das granate fliegt diese ladung polverblanker ist vernichtet so hier gab es nur ja so das ist aber ihr schweiz wo wir hin müssen was haben wir denn hier wieder die antenne oder bei einer marie darauf eine schnelle ich fahre raus das ist die frage mein futter ist weg ja ich könnte mir treibstoff holen aber da habe ich schon genug aber egal das ist ein schwerfälliger pick wo der schwerfällig abkürzung fahren sind die sowieso weg Ja, unten sind die. Ja, was. Oh nein, 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 nicht hier. So. Nein, unten sind sie. Das ist schwer, wenn ich den Bicot. Ich könnte ja auch zu viel in die Karre. Oh, der wird von oben bewahrt. Ach, scheiße. Okay, das muss man anders regeln. Ich muss den Hähne loswerden. Der Hähne muss, das heißt, das ist ein Wiss. Was runtergeht. Bei den Rebellen Verstärkung unterfordert. Der Schock fährt weg. Willi, da auch nicht. Schiebt mir den Karren über den Haxen. Das ist ein dummes Sau, der Gegner. So ein Arsch. Aber egal, dafür steht das so. Wo fährst du so lange? Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Dann hol mal. Komm, sei lech. Eli ist weg. Jetzt bleibt nur mehr die Eskorte. Die Eskorten werden immer schlimmer. Jetzt haben wir auch Eli ist dabei. Nicht nur zwei Fahrzeuge. Die habe ich schon verweichert. Kannst du, dass er es hier wäre, der ist... Feuer! Wir sehen uns. Fuck, fuck, fuck! Wir sind ein Wiss! Das war das neue Karten. Ich steh! Wir haben es sehr schön. Die Decken da noch. Fertig. Wir wissen, ob die normalen SCI läuft. Die Karre ist heute mitgenommen oder? Das kommt halt vor. So, einmal abkassieren. Gut gemacht. Ich sende den Rebellen den Standort. In dem Konvoi ist ein Truck randvoll mit Sprit. Lassen wir das Zeug den Rebellen zukommen. Da muss ich aufpassen. Boah. Habe ich den? Ne. Weiß er. Na egal, den holen wir jetzt runter. Unidad klopft, das ist witzig. Ach, scheiße noch mal. Ach, da war auf den Boden. Aufschrauben. Ah, ohne. Nicht mit mir. Oh, danke. Wer hat das gespendet? Das ist sehr freundlich, Kollegas. Den brauche ich eh. Mal schauen, wo sind wir denn? Ähm. Einschüchtern. Okay. Die, was haben wir denn noch? Eine Mission hätten wir hier. Was fehlten nur? Drei Fertigkeitspunkte und eine Waffenkiste. Also, hier haben wir zwei Sachen. Das kämen wir ganz recht. Die Zetteln fehlen mir auch nur einen Haufen. Oh, das ist eigentlich alles da in dem Gebiet. Okay, dann würde ich sagen, wir machen die Hauptmission, oder? El Sueño hat einem peruanischen Drogenboss einen teuren Sportwagen für die Zusammenarbeit versprochen. Falls ihm das Auto vorher abhanden kommt, steht er dumm da. Sorgen Sie dafür. Ja. Tja, das können wir machen. Alles gut. Wir kommen hier los. Können wir ruhig eine Abkürzung nehmen. Alter, das sind schon ein Schatz hier. Oh, das ist eine Gigafestung. Oh, ist die groß. Oh, ist die groß. Mütter-Nano voraus. Wenn ihr eine Protzkarre seht, wegen der sind wir hier. Oh, das ist eine riesen Siegel. Setze die Drohne ein. Oh, ne. Die Drohne ist hin. Wir haben einen Jammer. Es sind Gegner in der Nähe. Dronenstörgerät wird es echt geraten. Ah, das fehlt mir jetzt noch. Oh Gott. Warte. Es gibt Alarm. Ein Alarm weniger. Alarm ist aus. Ich sehe einen Narko mit einer M. Ich. Nahe des Reifenstapels. Ach man. Du, tu mal. Er macht mir jetzt wieder Alarm. Puta mal. Wir leuten ein Versuch zu fliehen. Pass gut auf. Die wissen, dass irgendwas los ist. Zeig dich. Zeig dich. Zeig dich. Unter. Greife jetzt an. Bekladfahrzeug zerstört. Hör da. Dango ist tot. Ist ganz schnell wieder weg. Ist halt blöd, wenn sie dich bemerken. Aber anders geht es fast nicht. Alter, wo denn? Man. Ja, ist eh scheißegal. Kann ich mich gleich nochmal töten lassen, weil das bringt eh nix, wenn hier Alarm ist. Das bringt einfach nix. Jetzt muss man auch ein Sneaky machen. Das ist richtig. Problem ist halt dieser Dreckschämmer. Kaffel zur Entdeckung. Ja, noch einer. Na komm, dann erschießt mich gleich nochmal. Weil da brauche ich nimmer weitermachen. Wenn ich nicht mal drin bin und bin schon zweimal gestorben, brauche ich nimmer weitermachen. Ich hab dich halt einfach durch. Scheiß drauf. Erschießt mich nochmal. Das bringt mir nix mehr. Mit der Lampe. Verdammt, das war knapp. Das ist dieser Spawnschutz, den du hast. Aber da brauchst du nimmer weitermachen. Das rentiert sich nicht. Wenn du schon zweimal du hast und gestorben bist, ist das relativ wertlos. Das geht nicht. Da muss man dann nochmal ran. Hat halt Lack gehabt, dass ich einmal daneben geschossen bin, dann geht dieses Arschloch in Deckung und dann kriegst du ihn natürlich nicht mehr. Wir machen wieder mal nen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. 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 tennis ん Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020